Video-Blog. Dasta oder Dasta. Für Liebe und so weiter. Hallo! Hallo! Könnte ich nicht mehr nach Hause kommen? Könnte ich? Könnte er ein Problem kriegen? Bei einem Seitensprung könnte ich, wie der Noch-Ehemann von Sandra Bullock, sofort die Koffer packen. Weil er sich in mich verliebt und das ist bei einem Seitensprung ganz schlecht. Wird aber wahrscheinlich viel mehr Geld zahlen müssen, als er kriegt. Was sagt dein Freund egerlich so, wenn du so über Seitensprung redest? Ähm, der weiß, dass ich gern flirte. Er weiß, dass ich gerne flirte. Nein, das steht außer Frage, das mache ich nicht. Und er weiß, dass ich wirklich gerne flirte, aber das mit mir dahinter ist. Bewerbungen bitte anlegen. Hättest du auch sagen können, könnte ich ausflippen, wenn das mein Freund macht. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber so? Nein, der macht das auch nicht. Aha. Glaube ich. Rate ich jedem. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.